Haben Sie Lust, ein Horrorspiel zu testen? Ja, auf jeden Fall. Sind Sie denn geistig und körperlich in der Verfassung dafür? Sowas von. Falls Sie dennoch an einem... äh, Schaurin? Hallo? Okay, ich wiederhole. Falls Sie dennoch an einem Herzinfarkt sterben sollten? Irgendwelche letzten Wünsche? Ah, Angriff der Killerenton! Hilfe! Kommt hier immer mehr! Hilfe! Nein, ihr Lieben, wollen wir ein Horrorspiel testen? Nein, wollen wir nicht. Ja, ja, nein. Okay, na gut. Hier, hier, hier. Wer ist Sieophias? Na gut, ich bin bereit. Oder auch nicht. Hä? Achso, oh Gott. Wieso entsetzen? Nö, ich stehe jetzt mal lieber. Oh Gott, okay. Die Ghost. Leid, also Feeder. Von Wiff-Jingle. Hm. Da ich vor Puppen mehr Angst habe, wie vor Geister, nehme ich nicht mal mal die Geister. Okay, war keine gute Idee. Oh, nee. Oh mein Gott, ich habe jetzt schon Angst. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh nee, ich wette, der Schrank hier geht gleich herum. Oh, oder die Tür. Oh. Okay, kann man hier was tun? Scheiße. Okay, es ist nur so. Oh nee. Oh nee, es springt mich gleich an, oder? Es springt mich gleich an. Ach, du heilige Scheiße. Ich dachte, man kann sich hier bewegen. Oh nee. Jetzt muss ich mich einfach hier der Realität ergeben. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nee, das halte ich nicht aus. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Nein, ich muss die Augen zu machen. Die Augen ist nicht aus. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nee, das ist zu krass. Oh nee. Wie lange geht dieses Ding? Oh. Oh nee, oh nee. Oh nee. Oh nee. Was macht das da? Alter, schwein. Oh Gott. Nee, wo ist es denn jetzt? Oh nein. Ich kann nicht hingucken. Ich muss die Augen zu. Nein, 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 nein. Tu mir nichts. Nein, ich halte es nicht aus. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Alter, schwein. Das ist krass. Alter, schwein. Geh weg. Geh weg. Oh mein Gott. Ach du scheiße, ich schwitze ja jetzt schon. Oh nee. Wie dann geht das Spiel? Ich will das nicht mal testen. Das gefällt mir nicht. Nee, come on. Was passiert jetzt? Wieso? Nein, was? Oh Gott, 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 Gott. Wo bin ich jetzt? Was? Wieso bin ich jetzt hier? Hä? Sollte das so sein? Oh oh. Also ich find's gut, dass ich nicht mehr ganz ausgeliefert bin, aber... Sollte das so sein? Okay. Ich seh ja gar nichts mehr. Okay, jetzt ist es überhaupt nicht gruselig. Nee, ich glaub, das ist ein Fehler. Tatsächlich. Okay, ich check grad war nichts hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter Schwede. Heftiger Scheiß. Das war ein Fehler. Zum Glück stand ich hier. Oh mein Gott, zum Glück stand ich hier. Oh Gott, ich wird... Hä? Wo bin ich denn? Ein Freund der Badewanne? Okay. Zum Glück war das ein Fehler. Na gut, die nächste Version. Okay. Oh nee, ich will nicht mehr. Okay, was nehmen wir jetzt? Komm, Zirkus, das hört sich doch gut an. Das kann doch nicht so schlimm sein. Oh nee, es fängt schon wieder so an. Oh nee, nee, ich will nicht. Oh nee. Oh mein Gott. Warum tut man sich das dann jetzt mal ganz ernsthaft? Oh nee. Okay, es ist nur eine Simulation. Das ist nicht echt. Es wird jetzt ein netter Clown sein, der mich böse anguckt. Das ist doch nicht schlimm. Das ist doch nicht schlimm. Clowns sind toll. Clowns bescheren Freude. Freude. Ja, genau. Oh Gott, du bereitest mir gleich Freude. Oh mein Gott. Bitte bereite mir Freude. Oh nee. Ach du heilige Länge. Oh, das ist erschrecklich. Kann ich wieder hier rausfallen, bitte? Oh nee. Oh nee. Nee, nee, nee. Nee, ich kann nicht hingucken. Ich kann nicht hingucken. Was kommt jetzt? Oh Gott. Okay. Oh shit. Oh Gott, ich halte das nicht aus. Ich halte das nicht aus. Ich halte das nicht aus. Okay. Okay, bleib dort. Das ist gut. Das ist gut. Oh no. Ja, klar. Horrormusik. Wie schön. Ich gucke einfach nicht dorthin, weil sicher gleich dort was passieren. Okay, hallo Clown. Ich will nicht mit dir spüren. Ich will nicht mit dir spielen. Lass es vorbei sein. Wo ist die Ding hin? Oh. Da ist sie. Nein. Nein, nein, nein. Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. nein ich kann nicht hingucken ich schaff es nicht ich schaff es nicht schade ich nein ich kann nicht ich kann das nicht oh gott ich sterbe nein ich sterbe oh gott nein heftiger scheiße das halte ich nicht aus alle schwäder eh Augen zu Augen zu oh gott ey nee oh nee was ist so gemein passiert jetzt endlich was oder nicht ich kann dich ich kann dich oh nein ich guck weg ich guck weg ich guck weg ich guck weg ich muss mich nicht sehen sie sieht mich auch nicht was mich nicht sie sieht mich auch nicht was mich nicht sieht oh gott nein oh gott nein ich sterbe ich sterbe wirklich ich kann das nicht ich kann das nicht ich sterbe ich sterbe ich sterbe oh gott passiert doch jetzt endlich oder lass mich hin oh gott okay das ist eine verarschung jetzt passiert damit gar nichts oh nee ich will nicht dahin ich guck dann ich guck nicht dahin ich guck nicht dahin oh gott ey das also sorry da sind sicher menschen schon gestorben jetzt ohne scheiß es ist wieder ein fehl oder passiert jetzt echt nichts komm das ist ein fehler nein es passiert was oh gott oh gott im Sieg wird anders oh nee ey das ist zu viel für meine Nerven nee sowas geht gar nicht so viel aber oh gott ich kann nicht mehr sicher wenn man nichts erwartet passiert was okay ich guck jetzt dahin aber ich schließe meine Augen ich schließe meine Augen ich guck nicht 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 nee also ich glaube da passiert jetzt nichts mehr ich kann mir nicht vorstellen dass man so lange warten muss ich brech einfach ab ich brech ab okay ich mach jetzt auch nur noch das letzte hier ich glaube ich setze mich aber wirklich hin dann fühle ich mich ein bisschen sicherer okay dann wieso tue ich mir das an warum ich verstehe es nicht und wir sind wieder in diesem kackzimmer mhm es ist eigentlich auch konfrontationstherapie mhm okay langsam kenne ich dieses zimmer und ich fühle mich wohl und die Tür geht auf und irgendetwas gruseliges kommt raus die grüßt mich gleich oh okay die Schubladen gehen auf das ist auch mal neu vielleicht kommt irgendetwas hübsches raus irgendwo wahrscheinlich hier nein okay geht wieder zu das höre ich stimmen jetzt höre ich stimmen mhm gleich kommt das mhm 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 ich bereue diesen satz okay kacke nein nein diese melodie ich hab's nicht was passiert jetzt was passiert jetzt das finde ich nicht so schlimm das sind spielzeuge spielzeuge und das ist ganz schön nachher ist das nicht schlimm das kann ich ja auch von mir bewerben damit aber keine grüßlichen geschichte bitte das ist ja alles noch im rahmen ja beschmeißt mich von mir aus mitspielzeuge es ist alles ok halte ich alles aus dem schrauben ich bitte dich ich will zum spielzeuge sind ich will zum spielzeuge sind ich will zum spielzeuge ich will zum spielzeuge ich kann nicht gucken ich kann nicht gucken ich kann nicht gucken nein 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 Nein, ich bin einfach weg. Oh mein Gott, was ist das denn? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Okay, ist der letzte? Nein, das kommt nicht fast raus. Oh nein, nee, nee, das könnte ich doch nicht bringen. Leute sterben dabei. Ich sterbe dabei, ich sterbe dabei. Ich kann nicht gucken, ich kann nicht gucken. Oh Gott, lasst es vorbei sein. Scheissdemoration, scheiße, du bist nicht. Hübsche, rastrichte, hübsche, rastrichte, 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 rastrichte. Jetzt kommt nicht raus, wenn ich ein Film kot, oder? Hm, ich bin ein bisschen guck, Emily. Okay, ich kann nicht gucken, wenn ich das nicht vermieden will. Was ist so relativ scheiss Spiel? Oh Gott, die müssen ja gleich in die Hose. Alter komm jetzt raus. Ich will das wort essen. Nein, komm nicht raus, nicht raus! Bleib drin, bleib drin. Oh nein, na, na. Es ist schon Wolken. Oh Gott. Oh ne. Ja ok, jetzt kommt was Kursiges. Scheiße, lass mich. Oh ne. Oh ne. Oh Gott, was soll denn das? Warum dauert das so lange? Oh Gott. Ja, wenn wir uns am nächsten erwartet, jetzt wahrscheinlich... Oh Gott... Oh, Mami... Ah, alter Schuh. Und, wie fanden sie das Spiel? Äh, Jorin?